Moin Moin, aus dem Stand hier von Pampel. Ich bin der Manu vom Bremer Spirituosenkontor und ich stelle euch heute mal ein bisschen was aus Frankreich vor und zwar dem Pampel Aperitif aus Frankreich basiert auf der roten Grapefruit mit ein bisschen weniger Zucker, 30% als normale Aperitifs und eine sehr sehr angenehme Abwechslung im Aperitifbereich. Wir bieten hier Drinks an mit Tonic, wir bieten einen Sour an mit Blutorange und einen sehr sehr angenehmen Pampel Spritz. Also kommt vorbei und lasst euch gut gehen.